Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde 4-Deadsplay 4-3. Ähm, ja. Ja, der Zug der Vergangenheits-Rondex hat mich ja an einer Stelle geschmissen, die... Ja, Angelittenheit gar nicht mehr zu übertreffen ist. Zumindest im Moment. Und, alter. Ja, ich will dich. Ich will mir auch noch einen Becher holen, was für den Ding zu trinken und so. Oder ein Glas, ja auch gut. Bis dahin, Leute. Sorry, hätte ich vorher machen müssen. Upsa! Ja. Ah, Glas. So, mein Getränk. Erstmal, ne? Erstmal, also ich... Alter, wenn ich das fertig hab, ne? Alter. Da brauch ich erstmal was anderes zu trinken. So. Ein bisschen kann auch rein. Ein bisschen kann auch rein, so. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt hochmotiviert bin, das zu machen. Aber, aber das, äh... Naja, was soll's. So. Wie heißt die haben wir da? Gut. Oh, ich will nicht. Oh mein Gott. Oh. Einzelspieler. Ich muss ja mal... Prost. Einzelspieler. Kampagne. Abschnitt, Turm. Wieso... Ist Pointman richtig? Rekrut. Ja, Rekrut ist richtig. Wollen wir's wagen? Ja, 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 ja. Na gut. Achso. Oh mein Gott. Abschnitt, fünf, Turm. Oh mein Gott, ich... Ich bin... Es. Es. Oh. Achso. Wie viele Granaten hab ich? Wo's Granaten wechseln eigentlich? Fünf, sechs, ne? Ach, fünf. Da hab ich drei, da hab ich zwei. Okay. Gut zu wissen. Ja. Ohoho, ich will nicht. Oh, ich muss. Oh, du sch... Zeh. Ich geh', ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Komm' her, Alter. oh mein gott was war das denn eben ok erster fail danach folgen nur einige scheiße 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 Mist ich brauch zu stöhnen alter was willst du da hinten oh mein gott wo willst du wo ist der wichser wo ist der arsch oh oh der muss hier weg der muss hier weg wo ist der blaumann alter der muss weg die auch headshot wo bist du oh ich bin schon hier angespannt hier oh so ein spiel da muss ich mich immer dran erinnern dass das nur ein spiel ist ist das dein ernst ist das dein ernst ist das euer ernst hier oder was scheiße oh 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 regeneration hier los danke ich muss nachladen da ist der ja komm raus da komm raus da blöder arsch er hat gibt's doch nicht blöder drecks wichser komm raus da komm raus da jetzt komm frage Komm raus da! Alter. Komm raus! Komm raus da! Alter, ist doch doch nicht dein Ernst hier. Mann. Da ist er doch. Komm raus da! Oh, Alter. Ich bin so angespannt gerade. Power Armor! Jetzt kommt die richtige Scheiße! 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 Oh mein Scheiß! Scheiße, Alter! Scheiße! Leck mich am Sack hier! Ich muss weg hier! Alter, ist doch gut! Ist gut! Geh! Geh! Muss geh! Oh, geh! Laufen! 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 Lauf! 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 laufen ich blöcke Granaten noch Granaten, Granaten, Granaten Wo finde ich hier Granaten, Alter? Oh, Granatenbengel Oh, Granatenbengel Ja! Granaten Neon 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 Ne Neon 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 Ne Neon Neon Ah, zu ballern, Alter. Du blödes ... schön, toll, echt toll. Du blödes ... Ist das dein Ernst? Ja, ich hab genau auf die Granate geschossen. Was ist das für ein Timing, Alter? Jetzt kommt die Power Armor, Alter. Ich bin gleich weg. Ja. Mann, wie kommt er denn hinter mir? Alter. Was geht? Blöder ... Ich muss weg. Tschüss. Alter, Leute, 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 Leute. Vanaden wäre schon. Keine Munition. Toll. Ach so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich habe etwas zu tun. Ich bin jetzt dabei, weil ich das auch ... Ach man Leute, ich hab ja keinen Bock mehr jetzt. Langsam keinen Bock mehr. Der Arsch, ja. Scheiße. Ist ja gut. Ist doch gut. Ich hab's verstanden. Du gehst mir auf den... Du gehst mir auf den Weg hier. Wo bist du denn? Ist doch gut, Bengel. Ich hab's verstanden. Ich bin auch schon so gut wie weg. Ich hoffe nicht im Lebenssinn. Im Sinne vom Leben und so. Alter, ist das dein Ernst? Wir haben so engsten Raume hier. Wo bist du? Komm her. Kann ich auch mal ducken. Das ist ja sehr schön. Alter, ich hab schon wieder Tattrigen hier. Ich bin ein Fluss. Ich bin ein Fluss. Ich hab's verstanden. Ich bin ein Fluss. Ach, ich bin ein Fluss. Ich bin ein Fluss. Finger weg Finger weg Komm Nee Das ist so gelitten hier Ganz ehrlich Kann noch nix werden Ah Leute So gut Ich hab's verstanden Lauf Bengel Lauf Lauf Komm Oh Ich kotze hier hin Und kurz zum Aufgeben Leute Er hat ne Strategie Wenn er da steht Einfach raufballern Das geht schon Schmeiß doch gleich ne Granate Du Arsch Lüder Drecksmixer ey Okay Ich hab's überfeuert Kaputt Das ist ja da Ich würde mal wechseln. Ah, scheiße, das war blöd. Ich würde mal wechseln. So, lauf! Geh, rollz in, meine Hände zittern. Meine Hände zittern. Lauf, ding, lauf. Halt's Maul da hinten. Oh, noch Granaten. Und Munition. Komm her. Komm her, Alter. Scheiße. Alter. Granaten. Granaten, Granaten, Granaten. Komm noch. Wo bist du? Da hinten. Da hinten ist er. Ah! Ach, Leute. Alter. Was hat der Vergangenheitsfrontex-Minor angetan? Ist ja unfassbar, Mann. Wie will der Scheiß? Fünf. Ja, Alter, 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 Alter. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Wir wissen's. Okay. So macht er die denn kaputt? Leute, ey. Ich will das Display hier nicht abbrechen müssen, nur weil ich die Scheiß hier nicht hinkriege. Alter, das ist doch nicht normal. Okay. Scheiße. Ich muss weg. Ich muss weg. Lauf doch, Lobengel. Wieso läufst du denn nicht? Hat der noch die Leute, die hier rum beratzen, ganz ehrlich. Was ist der? Da hinten. Wieso ist der denn jetzt kaputt gegangen? Leute, wenn die Granaten nicht funktionieren, wach... Das kann doch nicht dein Ernst sein, ganz ehrlich. Ich kann mich jetzt auch nicht um dich kümmern, jetzt. Fünf. Ich hab keinen Bock mehr, jetzt. Meine Fresse. Ich will nicht wissen, wie oft ich hier schon gestorben bin. Kann doch nicht normal sein. Wo denn? Ganz ehrlich, ey, das ist doch krank, man. Fünf. Kein Bock mehr hier. Die Wichser. Von die Varser. Geht's um mein Lieblingsplatz, da kann ich wenigstens hier. Ich glaub mit Chiefman ist mir egal. Davon will ich gar nichts wissen. Das G ist auch zu weit weg. Kommen die Treppen hoch. Wieso gehen die denn nicht kaputt... Wieso... Was soll denn das? Wieso funktionieren die Granaten nicht? Was soll denn das? Das ist doch behindert, man. Der ist doch behindert. Was soll denn das? Demo mit Granaten hier fertig zu machen. Das... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Ja, 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 ja. Ist doch gut, ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Wir wissen es. Wir wissen es. Wir wissen es. Alter, da hinten noch eine Granate. Ist das so ernst? Alter, verpisst dich. Kann man hier nicht rein? Scheiße. Das ist doch blöd. Irgendwo drei Granaten, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Ja, ja. Das ist ja Mut. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Ja. Was soll ich? Was soll ich hier? Ja. Ja. Da hinten. Da hinten. Kann ich noch abballern, aber es ist eher unwahrscheinlich. Nee, er ballert ja mich ab, Mann. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Lauf, 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 lauf. Ich hab noch Magazine hier ein bisschen. Alter, ich hab noch eine, na gut, drei Granaten, aber ha ha ha. Alter, 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 alter. Ah, ist mir egal jetzt. Was ist denn hier? Boah, alter, das wird ein Kampf gerade, alter. Das sind Kampfding. Ich hab dich, ich hab dich. Aber ich hab kaum Muni mehr. Alter, ist das denn ernst? Wie soll ich denn eh halten, wenn ich da beratzt werde, das ist doch krank. Ist das dein Ernst? Ich kann hier nur rumrennen. Du bist eh da. Du bist eh da. Alter. Vergiss es. Vergiss es. Keine Chance. Keine Chance, Leute. Ich hab auch keinen Bock mehr. Bis dann, Leute. Leute. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt noch weitermachen will. Ich hab keine Ahnung. Ich... Das... Das... Ne, das bringt einfach nichts. Wenn ich da dauernd verliere, wenn... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch weitermache. Ich quetsch da was zwischen noch. Dann zwischen den... Vielleicht macht das ein Kumpel für mich jetzt oder... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber dann ernsthaft... Weil der ist wohl ein Schnaps. Ehrlich. Weil das ist so... Das ist auch so anstrengend für mich. Ich... Ihr habt ja gesehen. Ich zitter wie Sau. Und das... Ich... Ne. Das ist nichts für mich so. Da hab ich mich ein bisschen übernommen. Ganz ehrlich. Ja, das... Wenn nichts mehr kommt... Von 4.3. Das tut mir echt leid. Aber... Ne. Ich... Boah... Das ist ganz ehrlich. Boah. Also... So. Ich hab... So. So. Oh, Mann, ey. so leute alter den brauche ich jetzt auf jeden fall auch glas alter ein bisschen viel war egal brauche ich brauche sollte ich kann ich habe keinen bock mehr wer ist jetzt welches spiel abbrecher ist mir so ist es mir so egal einfach es ist mir echt zu mir echt zu blöd mir zu blöder zehntausend mal zu verrecken ich habe auch keinen bock drauf mehr dann mache ich lieber was anderes wo ich mehr spaß dran habe weil das ist nur quälerei das ist nur quälerei leute mehr ist es nicht prost bisschen viel drin aber es ist mir jetzt egal ich mache was anderes und dann ist gut ich habe keinen bock mehr es bringt nichts es bringt einfach nichts bis dann leute und ich weiß nicht wann ich das wieder weitermachen werde vielleicht kommt noch anderes projekt was ich da gemacht habe tun dass ich schon vorher ab vorab aufnahme weil ich das machen soll statt 4 3 sorry wenn nichts mehr kommen wird aber das ist mir definitiv zu krank definitiv bis dann leute